Er ist wirklich aufdränglich. Ich meine, ja, er hat den Betrüger sofort erkannt und... Ja, und ich hab's nicht gleich bemerkt, aber... Elizabeth, du bist nicht auf Jack sauer. Nur dein Stolz ist verletzt. Du hast jeden Grund, sauer zu sein in deiner Situation. Ich bin nicht sauer. Natürlich. Jack hat wohl Freude, mich daran zu erinnern, wie verblendet ich war. Er wirft mir sogar vor, dass ich verzweifelt nach einem Ehemann suche. Das ist köstlich. Wenn ich weiter hier wohne, platze ich. Ein Rezept meiner Großmutter. Er hat mir sehr deutlich gemacht, dass ein Mountie nicht an einer Bindung interessiert ist. Daher verstehe ich nicht sein Interesse an meinem Liebesleben. Die sind himmlisch. Nimm noch was. Lieber nicht. Vielleicht noch einen. Eheh, Eheh.